hey freunde willkommen zum heutigen test heute haben wir mal ein diamond feuerwerk verbund wir haben hier 100 schuss da heißt spacewalk gekauft wurde übrigens fressmann 2022 für 35 euro hat eine nem von 700 gramm und sind halt vier mal 25 schussbatterien verbaut wir schauen uns den mal an von den videos her hat er mich sehr gut gefallen und für den preis kann man da eigentlich nichts verkehrt machen wenn man bedenkt man kriegt für 35 euro eine 100 schuss batterie in 20 millimeter so jetzt müssen wir noch die effekte stimmen und die effekte schauen wir uns draußen an also freunde bis gleich und mitternacht der spacewalk verbund von diamond firebirds so 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 so